So, hi und hallo mal wieder, heute geht es mal wieder um eine neue Disney Infinity 2.0 Figur und zwar Stitch. Das ist sie nun. Ihr wisst ja, ich mache hier mal das Unboxing, anschließend ich sie aktivieren in der Heldengalerie, um euch zu zeigen, wie die Figur ins Spiel wird. Also, schön aufpassen. Das ist mal wieder die Beschreibung, brauchen wir nicht. Das ist die Sammelkarte mit dem Code. Jetzt kommen wir zur eigentliche Figur. Wie ihr seht, wunderbar, kleine Details sind schön rausgearbeitet, wie die Zähne. Aber wer kennt nicht die kleine grimmlige Figur aus dem Weltall. Also, dann werde ich sie jetzt mal in das Spiel aktivieren. Deine so ich hoffe ich konnte euch zeigen wie sie in das spiel wird und wo ihr sie auch bestellen könnt ganz bequem werde ich natürlich immer unter das video verlinken und in meinem nächsten video geht es natürlich um zinkelbell also ich hoffe ich konnte euch wieder helfen was hinter das produkt steckt und sage deshalb wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu